Neue Welt, neues Glück. Was soll das hier eigentlich darstellen? Warum? Jetzt habe ich nicht auf diese Fledermaus geachtet. Ich meine, ihr achtet auch schon auf eine Sandfledermaus. In einem Level, wo es nur um Sand geht. Also, ich bitte euch. So. Wow. Ja, also, sobald ihr diese Videos sehen werdet, habe ich das Spiel natürlich schon durchgespielt. Falls ihr jetzt irgendwer Tipps geben sollte unter, was weiß ich, was für ein Video. Ja, weil, ähm, das ist halt so ein schnelles Spiel. Wie gesagt. Was ist das denn? Und, ja. Aber trotzdem, danke für jeden Kommentar natürlich. Hätte ich vielleicht beim ersten Video sagen sollen, dass es schon fertig ist. Aber, naja. Wow. Kann man halt jetzt nicht mehr ändern, ne? Was ist das denn? Ist irgendwo ein Stück Brot? Jawohl. Stück Brot. Wieso heilen die Äpfel mich eigentlich nicht? Ich habe hier auch Nahrung. Und, zack. Einmal durchgeglitten und fertig ist Siebkatz. Stück Brot. Oh, dein Hähnchen, denn noch besser. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich echt schlecht. Agu! Oh, es geht noch weiter. Du nicht. Du auch nicht. So, ein Sniper-Shot. Oh. Oh, nein. Was mach ich denn hier? Abu Was ist das denn für einer? Der ist übel Der weicht meinen Oh nein Was war das denn nochmal? Achso das warst du Abu 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 Aber echt mal Er ist gemütlich sein Apfel Level 5 Bände Das ist ja Fabulös Skandalös Jasmin Jafar Sultan Jasmin Puh Wie sieht ein Aladdin aus? Aladdin wünscht sich vom Genie in einen Prinzen verwandelt zu werden Ups Mit prächtiger Karawane zieht er als Prinz Ali Alapma ins Agaba ein Nur als Prinz kann er um die Hand seiner Jasmin anhalten Ah so ist das also Er will die alte klären Gut Kann mich irgendwie Pause deuten So leid es mir auch tut dieses Herz zerreißen Lied zu stoppen Aber ich mach hier kurz einen Schnitt Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wenn es wieder heißt Flieg mit mir um die Welt mit Aladdin Also bis dahin Hau rein Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Vielen Dank.